hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge ls 19 agrar service der familie chaos zusammen mit meiner wundervollen frau und immer noch auf der hintergreifeck meine ballenpasse gibt es schon seit einer weile ich habe nicht angehalten auf jeden fall mit dem auftrag von dem herrn pilz genau das wir sind jetzt bei der letzten wiese die ballen abpressen wie gesagt die ballen werden abgeholt die werden wir hier auf dem feld liegen lassen und wir haben jetzt noch zwei aufträge dazu bekommen die wir auf der hintergreifeck noch machen werden im anschluss also ja nein das wie gesagt das ist einmal ein feld nicht nur noch proben und dann haben wir einen relativ größeren auftrag mit gülle fahren aber das sage ich dann später mehr dazu ok was ist denn jetzt hier wenn ich jetzt fertig bin mit schwadern gleich was mache ich dann könnten wir theoretisch wenn du lust hast den gülle auftrag anfangen anscheinend stehen die maschinen bereits im buch am hoch am shop ok der hätte sein können dass er die auch am hoch stehen dass die meisten stellen sie ja zum zum shop also mit ihr quasi aber können wir sein können dass er die am hoch hat also stehen am shop ok oder müssen wir wahrscheinlich irgendwo hin gülle laden oder ja wir haben einen verkaufspunkt unten bei feld 33 34 ein kaufpunkt da können wir die gülle auf dem hof abholen wir haben da quasi feld 32 bis 33 34 und 37 noch nicht das kommt später dran da müssen wir gülle verteilen und das können wir theoretisch gleich machen hat er ich muss man ja auch ich denke mir gerade warum wird mir der schwarz hinter dir noch angezeigt was ist da los habe ich gedacht ich mach mal das pieps geräuschen da wäre jetzt tatsächlich für sowas wäre die krone ultima wieder von vorteil weil der würde die jetzt automatisch den ball nach hinten auswerfen also auf den wickeltisch packen und würde in der vorpresskammer den nächsten teil pressen so dass du gar nicht anhalten müsstest er würde langsamer werden also die hat so eine nennt sich das last abhängige geschwindigkeitseinstellung ultima das heißt also quasi die misst den vorpresskammer stellt dann fest so und so vieles drin der ball ist aber zum beispiel fertig gewickelt und damit du aber nicht anhalten musst drosselt die die geschwindigkeit vom fahrzeug so weit runter dass das passt also regel quasi automatisch das ding ist saugeil ich finde es halt extremst schade dass die nicht mehr in die ls teile kommt zumindest bis jetzt nicht finde ich echt schade die hätte im strohberg ins älter noch so perfekt reingepasst eigentlich ja das stimmt das hört sich schon danach an wer auch eine der der eine der wenigen maschinen die ich tatsächlich auch sofort in projekte mit rein nehmen würde wenn es die winst wenn die kommen würde ja weil es einfach es ist eine sehr sehr schöne presse ich würde sie ja nicht auf dem hof packen wollen bei mir sondern ich würde es halt immer so machen dass ich sie denn ausleihen kann aber das wäre echt ja die wär topf ok so wieviel hast du noch den innen teil so ein bisschen habe ich noch ok ich beeile mich ja auch schon wir haben es jetzt ja auch schon sieben der abend ja perfekte gute zeit findest du da bist du die nacht rein bei uns fahren sie auch mal bis in die nacht aber ich finde es ja sehr schön die fahren bis in die nacht rein aber irgendwann mal so um 1 2 herum hören die auch durch den ort zu fahren ja ich glaube das müssen die dann auch nicht mehr weil die machen ja echt einen heidenlärm ich glaube offiziell verboten ist es tatsächlich nicht weil die halt zu ihren feldern kommen müssen die müssen ihre arbeit halt dann machen wenn sie ansteht das ist ja wie mit der ernte die können ja nicht einfach die ernte unterbrechen nur weil du jetzt schlafen willst so ungefähr aber ich glaube bitte du zuerst also ich weiß halt dass der lohnansässige lohnunternehmer damals der hat auch einige oder hat hauptsächlich eigentlich nur mit im b-trucks gearbeitet und der hat gehäckselt und sämtliche andere arbeiten der hat seine hallen mitten im dorf gehabt oben und der hat von den anwohnern nebendran einige anzeigen gehabt wie eine ruhestörung etc wenn er da an abenden oder auch an sonntagen losgefahren ist der hat richtig richtig erde gekriegt mit seinem b-trucks ok der ist natürlich auch mit dem hackschnitzel teil und anhänger volle oder zwei volle anhänger ist der gefahren meint das ding hat den berg hoch gebrüllt das war nicht mehr normal kannst du dir vorstellen was der mb-truck für einen krach gemacht hat aber der hat richtig arme gekriegt also ich glaube einfach so dürfen die dann nachts auch nicht durch dommern also offiziell verboten soviel ich weiß ist es nicht du kannst natürlich rücksicht auf die anwohner nehmen ist ja logisch gerade mit dem mb-truck ist es vielleicht es ist vielleicht ganz sinnvoll da rücksicht drauf zu nehmen aber ich denke mal gerade hier jetzt bei uns würde ich behaupten dass wenn die jetzt nachts noch weiter fahren ist das ist bis zu einer gewissen uhrzeit quasi durchs dorf fahren und dass sie danach wahrscheinlich hinten rum mit gewissen fahren wenn sie müssen was aber die können ja quasi wenn sie bei uns hier vorne beim orts eingang abbiegen dann können sie ja das dorf umfahren und da stören sie ja kein das sind ja keine häuser oder nur vereinzelt aber wenn man auf dem dorf liegt da muss man damit rechnen dass auch mal ein traktor weiter und auch mal ein zwei drei vier fünf mehr im osten zum beispiel also ich kenne es halt von rügen und dann urlaub da ist es ja tatsächlich so wenn die ernte sind dann ernten die teilweise die ganze nacht durch dann fangen die abends erst an weil der der raps dann zum beispiel dann erst die nötige feuchte erreicht hat die aber oder trocknen die er braucht und dann ernten die aber die ganze nacht durch das heißt sie fahren permanent durch die ortschaften durch und zwar nicht nur einmal also da brauchen wir brauchen daher für ein feld locker drei vier fünf stunden und dann wird das die ganze nacht über geerntet dann nehmen wir auch keine rücksicht weil es muss ja runter naja klar das hat den vorrang ist es logisch sind schön wenn du dann abends quasi vorbei fährst und siehst sie auf dem feld stehe und denkst du die haben aber was vor sich fährst am nächsten morgen vorbei auch das fällt nicht weg ja da habe ich auch das erste mal überhaupt die ganz großen drescher gesehen also die ganz große lexion siehst wir sonst kaum mecklenburg hat ja die größte zusammenwächende landwirtschaftliche flächen da fahren sie auch mit dem quartakt wobei ich glaube der lohn hat aber das ist echt diesen gewaltig also wenn du bei uns schon denkst du diese holland oder was hier bei uns immer rumfährt oder so diese groß der lexion ist größer und dann hast du davon aber drei vier stück gleichzeitig auf dem akkern so gut ich habe ich drehe jetzt hier noch kurz die runde kannst du ja wenn du magst schon mal die sachen vom shop holen ja die stehen da parat und nicht mal runter auf den hof geben ich glaube die warten ok also bei dem feld 33 34 unten der hoch da müssen wir hin haben sie gesagt 33 ist das nicht der hoch von diesem komischen das weiß ich natürlich ob das der hof ist das kann ich dir gar nicht sagen und da war eigentlich der hof hat der komische uns den auftrag gegeben der da ist hat der uns den auftrag gegeben nein ok das sage ich nachher also wenn man nicht ich 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 äh also dieser gülle auftrag der kommt von fendt immer zwei feld 32 33 34 37 wobei 37 ist noch in vorbereitung da dürfen wir noch nichts machen müssen wir eben gülle fahren die maschinen waren vorgegeben die müssen wir nehmen welche soll ich denn eben hier stehen zwei verschiedene ja ich weiß nicht welche du magst sind ja beide zum gülle ausbringen ne beide zum gülle ausbringen aber du kannst mir mal erklären was jetzt der unterschied ist der eine hat schleppschläuche und der andere hat ein schwamenhals also der eine spritzt da oben gegen und verteilt es in der breite und der andere bringt es bodennah aus ok ist aber eigentlich beides jetzt erlaubt auf den feldern ne ist beides erlaubt auf den feldern ja wollte er denn zwei gülle fester oder war das eine als zubringer gedacht ne das war also dieser formland fix der passt ja nicht auf den kotte ne der passt da nicht das braucht ja ein extra gülle fast rum das formland fix war gewollt und der kotte war gewollt deswegen gehe ich mal davon aus dass es zwei verschiedene sind okay das zunahme fasst von jemand aber ekelhafte reifen das sind ja bei ihm beschweren ja ja auf jeden fall ich meine das sind ja asphalt trennscheiben das kann schon sein das ding sollen wir durch den ackerboden ziehen das machen leckern hier ja das sind also für mich sind das straßenreifen und keine feldreifen für gülle wagen ach so deswegen das ist ja jetzt beschwerde an ihn nicht an dich naja ich verstehe schon ne naja naja jetzt habe ich ja nur ein ding und freut ob er grinn in der maschine und den stück grinn in der maschine und den stück grinn in der maschine wo bin ich denn jetzt damit kotz ihn aus kotz ihn aus ja das geht ja nicht na egal kannst du den nicht rausschmeißen eigentlich schon ja hier müsstest du ihn an einer gewissen grüße entladen können nein egal ich komme jetzt mal zurück zum shop dann bringe ich den einfach mit ja ich habe den ersten hier schon am hoch soll ich den anderen abholen oder äh kannst du ich bin gott der ganze hof hier steht voll mit maschinen echt jetzt ist der doch da oh gott oh gott oh gott irgendwie soll ich nicht jetzt hier durchkommen das weiß ich nicht wäsche hängt auch draußen dass er wäsche nicht abkommt neu bin ich jetzt hier richtig irgendwie glaube ich nicht hä du die felder haben auch alle frucht drauf ist das so gefreut dass wir da jetzt noch mal Glück einfangen ja ich ich das ist ja nicht dein auftrag nein das ist das ist mehr so eine so eine frage das ist das ist die frage du hast den auftrag angenommen wenn der kunde wünscht dass wir da in die bühne fahren dann fahren wir da gülle rauf gar keine frage hinterm hof hast du gesagt soll eine gülle lager sein also wir haben ja einmal den fan 780 mit dem garant den bringe ich jetzt mit und du hast unseren unserem trecker wo muss ich jetzt hin ich glaube links rum mit dem wie heißt der zuckhammer zunhammer zunhammer genau und der hat auch schon gülle soll ich auf dich warten ne brauchst du nicht du kannst warte mal ich fahr schon wieder falsch ich muss darüber den weg kenne ich nämlich noch hier waren wir schon mal aber der scheint da hat es also steht auf jeden fall ziemlich viele maschinen vorne rum ja dann ist doch jemand da auf jeden fall die sehen doch schon so ernte mäßig aus das steht ein drescher rum anhänger sie sind drauf auf den feldern auf dem einen würde ich jetzt mal beim vorbeifahren denken das ist raps und bei den anderen beiden weiß ich gar nicht hier bei dem 32 wo gülle rauf soll ist wie sind das hafer gerste antereif im wachstum ja dann können wir schon also wenn alles im wachstum ist würde ich es nochmal drauf haben auf 37 können wir theoretisch auch drauf ja stimmt stimmt ja da wird ja gerade ausgesät so ich bin schon gleich da naja da steht einiges rum so das stimmt so ich fange mal an ne willst du denn hier durch kommen ja ne ich musste auch hinten rum fahren ja ich bin hinten über den dritten eingang auf den hof gefahren so schön die gülle raus schön die gülle raus schön die gülle raus da ist der wo ist der vielleicht ein bisschen ich stehe auf dem ding und nicht neben dem ding gut gut dann gehe ich du bist bei der 32 dann gehe ich zur 33 aber 33 hat schon die frucht drauf ja nur die 32 ist auch schon gewachsen das ist erntereich das macht jetzt wenig Sinn das wird echt wenig Sinn dass du da jetzt mit Güllefass erstmal die ganze frucht kaputt fährst und dann auch noch schön reinsprühst da aber wenn der kunde das wünscht dann machst du das oder sind wir zu früh ich glaube aber ich habe eine andere idee warte mal kann man eigentlich auf ein abgeerntetes Feld Gülle schmeißen und das hinterher ja wieso kann ich nicht in die Maschinen einsteigen ne das sind doch nicht geil ne hast du den Schlüssel dafür hat er mir doch gegeben was hast du denn vor ich wollte die Felder abernten ah ok dass wir quasi abernten ne ähm Drescher drauf schicken warte dann mache ich das anders und dann können wir ja wenn die abgeerntet sind die Gülle drauf haben und untergrubbern ich denke das macht mehr Sinn ja das stimmt als jetzt ähm ähm welchen jünger denn hier und was machst du ich hole einen Drescher ah hast du vorher geguckt ob jemand zu hause ist eigentlich schon eigentlich schon warte doch das geht welchen Drescher soll ich denn nehmen mhm ja gut unseren bestellen funktioniert schlecht bis der da ist den Tucano ja der Mai ja ein Tucano im Angebot hat dann nimm den so welches Schneidwerk hat der jetzt an die Ducano kannst du theoretisch sogar das große Lexion Schneidwerk machen also aus dem Klass Stil sieht das ganz große das 13 Meter das ist C510 das stehen nur die Vario Convio und C510 sind da zwei kein was sind das Vario 1210 ist das glaube ich oder kann das sein nicht ein Schneidwerk da steht ja nicht dran sonst guck du mal Schneidwerk 12,30 für den großen ja warte ich kaufs dir äh mietest dir nicht kaufen muss ich dir ein Schneidwerkslagen auch dazu besorgen äh ja aus dem Klass Stil zieht die Schneidwegen haben wir wenigstens den Vorteil dass das Schneidwerk automatisch drauf attached so uh jetzt hat er aber zu ziehen mit dem Fass ja mit dem Fass hat er einiges zu ziehen so steht beides beim Händler ok dann stelle ich mich jetzt mal bei Feld 37 hin denke da macht es am ehesten Sinn und hole kurz den Thrasher ja ich bin eh gerade auch am Ruf gut ich würde aber sagen liebe Lüte das soll es auch für heute schon wieder gewesen sein wir sagen vielen lieben Dank fürs Zuschauen wir hoffen die Folge hat euch Spaß gemacht hat euch gefallen würden uns natürlich freuen wenn ihr bei uns beiden ein Abo Daumen hoch und Kommentar da lasst schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein dann wünschen wir euch einen schönen Abend eine schöne Nacht einen schönen Morgen je nachdem wann euch das ganze anschaut und sagen bis zum nächsten Mal tschau 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 tschau